hallo liebe leute willkommen zurück bei guild wars 2 mit uns drei verrückten und heute schauen wir uns mal den ausschnitt an so hat er dir wehgetan ja getan du kannst mal pusten wenn du möchtest du kannst mal was ganz anderes wenn du möchtest aber ja genau und jetzt in meine richtung jetzt in meine richtung ich kann mich auch selbst dahin stellen das ist mir auch so eine zucht damit ja ja ich auch dann wollen wir mal drei minuten 20 für ein event gibt niveau im wasser speichern wir müssen einfach nur um natzen habe ich das gefühl oder ich glaube wir müssen hoch steht jetzt untergefallen wir müssen erstmal erstmal in den kreis rein oder das wäre ganz sinnvoll hier da oben ist giftlegerin am rohr die machen wir fertig aber da sind mehrere rohre ja wollen wir mal ein rohr verlegen und heute sinkt für sie das niveau das niveau ich meine wer solchen charakteren spielt mal ganz ehrlich wo ist der leute denkt ihr dass die event sich lohnt für unser level natürlich meine sind der wird zwei und drei die vier jahre sei grad level 3 wir müssen dass dort schon dass ein aussichtspunkt hier unten was jemand bringt jetzt laufen die weg was soll das ich wollte meine fähigkeit hier einsetzen vergesst nicht das zu aktivieren zu aktivieren ja den aussichtspunkt hier auf dem rohr ach so dann stell wir da küsst auch nicht hier an rein wieso du bist fast tot nein das ist meine gestalt ach so die ist dann immer nur weg jetzt geht das das finde ich aber doof da hätten wir das anders anzeigen also ich habe einen grünen balken du nicht ja ja naja reicht doch ja da liegt wieder einer gift ich glaube sehr wohl nicht das kannst du nicht machen ja ganz schön viel aus die kleinen oder nach dahinten also die effekte von den elementarmagieren sind natürlich schon hart die sind besser finde ich da holt euch das jetzt was du auf dem langen rohr und komm her wunderschön unterbrechen im auto schnell so wenn man für gift im wasser noch 30 sekunden ja wir beschützen die doch ist doch alles richtig ja aber hier ist auch schon wieder einer am gange ich bauen da immer neu echt gays nein bist du sicher seit wann spawn in online spielen charaktere hier hinten auch noch zwei sind noch nie aufgefallen helft mir mal bitte sonst kriegen wir die nicht da an ja komm komm mein super wer so jawohl jetzt kommt noch ein wahrscheinlich ein zweites event hinterher ich glaube das war erst stufe eins aber nicht sicher bam 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 ja david lass mal unsere e power mal sprechen man wieso ja ich sag wir beide haben schon starker ehe wie öh deiner ehe kannst du leider deutlich öfter ansetzen ja also warte mal meine hat eine abfängszeit von 100 40 sekunden bei mir wenn du drüber gehst 20 sekunden bei mir steht dreieinhalb und dann 40 dahinter was soll das heißen bei mir steht drei viertel und dann 20 fähigst du deine quest ist ja durch ne ähm findet heraus was der papier mache aber das pergament weiß ist bei mir das nächste ähm wollen wir mal ganz kurz unsere sonst machen ja wir machen hier links also ich mach pflanzen und ihr macht was ich mach holz kupfer kupfer alles klar ich sehe schon hier auf der karte zwiebeln und jumping jungs harsch erstmal den hasen töten mein inventar ist schon wieder voll wat ja ja das geht rucki zucki hier du bist aber level 5 im ende ja ja schon wie voll ist denn dein balken denn sehen wir ja auch die hälfte hälfte ja gut ja wir haben sind wir auch gleich auf ich bin bei 1200 erfahrungen von 3.000 so 1533 von 3.000 1700 schön dass ihr alle mehr bricht wir haben eh mehr als du egal was es geht wir dürfen nur beitreten ach so warte den klub müssen wir eh nochmal gleich bedächt machen wir schon ja also gerade noch vorher die federmoste legt das andere mann dem an dem an dem an ja ja ich nehme an keine angst ja ja stille quack 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 peter was macht ihr hier wie habt ihr euch um mich keine sorgen Machen wir die jetzt wieder zweimal dann? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Das macht Schaden. Wer? Hast du den Namen auch verstanden? Frau Latte? Ja, genau. Und steht im Text. Bist Frau Latte bereit... Oh, Mann. Face. Face. Ja. Hört Latte gesagt. Ein bisschen recht hast, ja. Ist ja geil. Oh mein Gott. Ja, labert ruhig weiter, während wir euch umhauen. Genau. Das ist immer bewährt als richtige Kampftaktik. Erst mal reden. Die sind diplomatisch, ja. Die sind voll cool drauf. Die sind wie früher. Wir müssen nach oben, Jungs. Oh Gott. Hilf mir! Wir kommen noch her. Ich komme dir mal zur Höfe. Und lass sie mal auf dem Fleck. Ach so. Ihr seid da hinten. Ja, die kam auch einmal. Bitteschön. Toll. Und der kommt jetzt zu schnell. Ich hab auch schnell nichts gemacht. Aber dann. Ich hab auch mitgegeben. Seht ihr, dass wir runtergeleveln wurden aus Level 4, weil das höher nicht vorgesehen ist für diesen Quest. Stufe wurde ans Gericht angepasst. Ah, sowas gibt es auch. Sei es also, wir sind gut unterwegs mit unserem Level 5. Ja, deswegen. Und deswegen nie Monster. Und die Questen jeder so schnell. Das ist ja auch gut. Der zappelt die Hakob schon wieder. Den hatten wir doch schon. Eben. Aber der ist stark. Oh, aber hilft er, gibt er sich schon. Und nun? Ich untersuche. Wenn er in den Nebeln ankommt. Ja, ey. Will er mich verarschen? Der zappelt, Jakob. Der zappelt, Jakob. Wisst ihr, wer ich bin? Ihr? Ich bin verrückt. Böser als ich geht's kaum. Doch, die leben ja. Ihr habt euch das Recht verdient, an die Geschichte fortzusetzen. Wenn ihr zustimmt, könnt ihr eure aktiven Geschichtsfolge abschließen. Annehmen. Das heißt... Bei mir steht der Inhaber, der da ist gegangen. Hm, aber wahrscheinlich, weil wir die gleichen Quests haben, konnte ich dazu beschließen, ja, ich möchte die jetzt auch beenden. Das ist es, denke ich mal. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Dann gucken wir mal mit raus. Ja, aber die Quest war eigentlich beendet bei mir. Das ist... Also, sprechen wir dorthin und vorhin es ist wieder, ja? Sprechen mit... ja. Ja, super. Dann müssen wir das noch einmal machen. Immerhin. Das klingt doch gut. Oh, da waren wir hier. Ja. Dann hast du das vorhin wahrscheinlich irgendwie übersehen, überlesen. Keine Ahnung. Ja, einfach zu schnell gekickt. Kann ja sein. Achso, dann können wir ja teleportieren. Warum tötest du einen Hirsch? Bist du Wahnsinn? Ich teleportiere mich mal nach vorne zu den Feldern. Ja. Ähm. Wohin? Ähm. Zu den Feldern, wo wir... Felder von Chemo. Wegmarke Felder. Ja. Ach, da hat sich ja noch wer geportet. Wer denn? Mh. 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 Ado, sollen wir unsere Quest nicht eher abgeben? Ich weiß, ich habe das Gefühl, dass Faze auch gleich zurück in die Stadt muss. Ja gut, dann gehen wir dahin. Du führst uns. Ich würde sagen, wir gehen zur Wegmarke Festung und gehen dann laufen an alles, oder? Genau. Ja. Da sind übrigens Skillpunkte auf der Karte, die sollten wir uns holen. Hier ist übrigens eine Hälfte in Sarafene der Festung. Das können wir ja eigentlich gerade mitnehmen, oder? Oben auf der Festung ist noch ein... Töte Zentauren. Wo sind die denn? Jeder muss sein Teil tun. Was ist oben auf der Burg? Ein Aussichtspunkt hier. Nur die Treppe hoch. Achso. Es gibt ja auch immer wieder neue Punkte dann. Ja. Wie sollen die Zentauren? Hier sind doch keine. Stufe 6 sogar. Tötet. Wird ihr benommen. Vermutlich vor der Festung. Wenn es eine Belagerung ist. Ist das das Anfangsgebiet hier, oder? Hm. Warte, warte. Ja. Und das hier ist ein Skillpunkt, oder war das das? Genau. Das ist ein Skillpunkt. Das sollten wir uns immer holen. Manchmal ist es einsammeln, manchmal erkunden, manchmal gegnerische Mobs töten. Ja. Okay. Okay. Super. Ja, auf H haben wir jetzt einen Fertigkeitspunkt hinzugekriegt. Auf H? Mhm. Auf H. Ähm. Da könnt ihr auch die zweite Special-Fähigkeit reinnehmen. Das wäre dann auf der Taste 7. Ah ja. Genau. Das sehe ich gerade. Hä? Ich habe hier nichts. Ne, aber die Taste ist jetzt nicht mehr gesperrt. Achso, weil die frei gemacht worden ist. Ne, ich kann da schon was reinnehmen, wenn ich jetzt was skille. Na gut. Wenn ich was skillen kann, kann ich das auch reinnehmen. Ach ja, diese Slot-Fähigkeiten. Zwei Stück. Ich kann was kaufen. Genau. Stimmt. Aber zwei Stück. Ach ne, Quatsch. Auf 7 kann ich echt nichts kaufen. Doch, kann ich. Klar. Kostet ja alle nur ein Punktchen. Alles was daneben ist, ja. Ihr lauft 25% schneller, steht Lebenspunkte von Gegenden in der Nähe. Geil. Aber dann bin ich ja noch schneller als ihr. 25% schneller? Boah. Schon krass. Kämpft ihr auch, oder ähm? Im Moment nicht, nein. Ah ok. Ich habe die Fähigkeiten erstmal ausgewählt. Ja, ich lese auch erstmal gerade. Ja. Aha, gerade eben hieß es noch. Äh, nein. Ich habe mich getäuscht. Ich hatte gerade eben das Gefühl, ihr hättet uns was anderes gesagt. Was? 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 Wo bist du denn? Oh, ich habe hier einen Häuptling Level 7, Sven. Wenn mir jetzt hier einer helfen kann. Jaaaa. Was? Wo bist du denn? Häuptling Level 7. Ich will pass auf, wie schnell der weg geht. Bam 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 bam. Nicht eine Metallstange. Und ich habe zwei Knochendiener beschworen. Wo denn? Die sind hier neben mir. Warte. Da. Die da. Wie bist du denn? Ach da. Ja. Das sind Ratten. Pssst. Knochendiener. Da steht Knochendiener. Das sind Ratten, Alter. Ach du bist eine Ratte. Eine Sackratte. Du bist eine Sackratte. Ah. So, ich hole mir mal den Punkt hier. Was ist ein Punkt? G-Punkt. F-Punkt. Zum Hinterportieren. Wegmarker. Man sagt das doch. Wegmarker. Hier ist klar, dass wir jetzt gleich bei Übels außen rumlaufen müssen, um da wieder hochzukommen. Auf Übels außen rum. Oder auch nicht. Oh, ich muss hier. Ich muss hacken. Was musst du kacken? Hacken. Hacken muss ich. Ach so. Ich... 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 Ich meine, ich habe Verständnis. Das ist ja auch okay. Hm. Grüner Holzblock. Ich kann nicht irgendwo eigentlich sehen, wo ich Kupfer habe. Aber ich kann ihn explodieren lassen. Geil. Geil. Oh, da ist ein Schwert gedruckt. Ein mächtiges Schwert ist gedruckt. Geil. Hier ist ein verlorene Anhänger. Oh, haltet mal Ausschau nach verlorenen Anhängern auf dem Boden. Die tragen auch zum Herzchen dabei. Oh. Herzchen, Herzchen. Oh. Faze kämpft wieder alleine? Alter, hier sind überhaupt keine Gegner mehr. Doch. Mir schon. Bei dir. Oh. Verteidigt. Verteidigt. Verteidigt jemanden hier. Wir haben eine Dings. Eine Public Quest. Da oben bei dir? Ja, der kommt hier gerade hergelaufen. Lass den mal begleiten. Wir sind eh noch Zentaurantwürken. Hm. Oh, der kriegt schon auf die Fressen. Oh, der kriegt gar nicht mal so schlecht auf die Fressen. Kinti Bongo? Soll wir ihn verteidigen? Ach, den. Wache. Ja. Da metzeln wir uns durch Zentaurant. Fress meinen Stau. Naja, das ist ja auch gut, weil das gleichzeitig die andere Quest beendet. Genau. Hahaha. Wo ist der Knilch? Ach da. Du musst einfach nur auf die Karte gucken, wie sich der Karte bewegt. Oh, der heilt sich sogar. Oh. Oh, oh, oh. Da geht's ab. Muss ich mal mit meinem Dings rein. Alter, was das Schaden macht und heilt mich. Alter, meine AE macht 300 damage. Nice. Alter, wer denn da hingerutscht? Hier ist noch einer. Äh, läuft weiter, 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 weiter. Was war das? Tonsplitter. Und nur zum Boxen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Massenschaden. Yeah. Wahnsinn, ey. also so viel schaden wie ihr mache ich definitiv na ja du brauchst nur massenfähigkeiten da kommen noch mal fünf stück da oben kam her du kleines gelecktes hier machen sie alle lecker aber ich finde früher ist man viel viel schneller gelevelt kann das sein naja aber das ist ja auch von irgendwo zu einem unterschied hier ne nein aber ich meine hier habe ich auch schon mal reingespielt damals kann mich nicht daran erinnern dass es schneller ging aber du musst auch bedenken wir sind zu dritt unterwegs wir brauchen hier ziemlich low hop zu holen wir sind jetzt höher die eps werden hier aufgeteilt also nicht aufgeteilt jeder kriegt seine so wie er so deine quest ist fertig ach so und wohin musste jetzt ach so ne du meinst die andere quest ne ja ja deine man da gemein und muss immer noch ein centauren töten er lauft falsch wir sind hier in diese richtung dann folgen wir festen centaure kommt bestimmt immer auf dem weg dahin jetzt habe ich jetzt nicht fertig das ist es wissen nämlich wo auch nur tötet umgezüge die ecke sagt mir noch was ich kann mich daran erinnern irgendwie der informant sucht nach jetzt auch in ihrem kino ach so wir hatten eine abmachung ihr kreuzämlicher volltrottel hier ist eine schöne rüstung ja ja ist auch ein ziemliches büsch verdoppeln? wo bleibt mein gewinn wenn ihr so viel verlangt vergesst ihn ich wüsste nicht dass ihr eine wahl hättet so was geldgieriges ihr würdet das doch nur für bier ausgeben wie in melandros namen soll ich diese vorräte in die stadt kriegen gar nicht gar nicht uff dass man nicht das gleiche rot ist was wir haben ich habe mit dem rot angefangen und dich anmerken naja eskortiert ihn hmm mit dem esel oder bullen bullen esel das ist ein schöner großer esel es wäre schlimmer gewesen hätte ich hund gesagt oh 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 was haben wir hier ein würmchen oh mehrere würmchen viele würmchen boah jetzt ist aber aggressiv ok weiter gehts immer heiter weiter boah witzig ich bin ich fühle mich stark bam 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 so voll beladen möchte ich aber nicht rumrennen alter so viele fässer und alles alter der arme bulle beschützt mich wir können ja mal gucken ob das bierfässer sind und dann können wir kurz die aufnahmen starten so und uns anderen dingen wir machen uns nackig und du trinkst ja boah kann man machen so dann machen wir auch hier schluss an der stelle hättest du gerne noch frau aber weißt du was wir machen was ein ein cliffhanger ein so schön dass wir jetzt genau stoppt und sagen und tschüss tschüss